Herzlich Willkommen bei Folge 55. 55? Schon, ne? Ja, ich glaub schon. Ah, 55. Nochmal 5. Jetzt hör ich mich gar nicht. Wie ist denn das? Herzlich Willkommen bei allen, auch für alle, die beim Podcast Bingo auf... Hallo! So, au. Ach, mach einfach. Die darauf gesetzt haben, dass Dirk am Anfang seine Kopfhörer einstellt und genauso aufwendig diese Folge von Führnüsse mit... Dirk! Und Klaus auch dieses Mal an. Dirk, du... Was redest du so komisch? Du siehst so ein bisschen steif aus Finger am Po? In der Nackenregion. Oh, möchtest du auf ein bestimmtes Thema haben? Ja, ja. Erzähl uns doch mal über deine... über die Leiden des jungen Dirk. Ja, ich hab irgendwas im Nacken. Wessen Puller ist es denn dieses Mal? Auf der Wolke A7. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht mit dem Nacken ans Glory Hole lehnen. Es piekt immer so. Aber wenn die es rhythmisch machen, dann ist es ja wie so ein Massagestab. Wieso ist das eigentlich so, dass wenn man sich einen Termin in der Orthopädie holt, dass die dann fragen, bei welchen Orthopäden waren sie vorher? Und du sagst, es ist akut. Es ist scheißegal. Ich will heute ran. Sagst du vorher, dass du Kassenpatient bist? Ne. Naja. Wer sagt denn das bitte? Entschuldige, aber ich bin Kassenpatient. Ne. Ich hab da vorhin angerufen und dann hieß es von wegen, also die haben so eine Akutsprechstunde, da musst du zwar denen erzählen, dass du gleich stirbst, sonst kommst du halt nicht ran. Das hab ich dann halt auch gemacht. Also mir platzt der Nacken so. Und ich sag, ja, na dann, waren sie schon mal bei uns? Ja. Bei wem waren sie denn? Und dann wusste ich, bei wem ich war. Und ich hatte schon Tendenz, dass sie sagen, weil heute halt nur Dr. Penis Heimer ist. Und ich war halt bei Frau Dr. Muschi war ich vorher. Ah. Und dann hab ich halt gesagt, ja, ich war schon mal bei Ihnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, bei welchen Kollegen ich war. Und dann hast du gesagt, ja, sie waren bei Frau Dr. Ja, das ist ja egal, das ist ja gerade akut. Also ist für mich vollkommen okay. Ich kann ja, ja, nee, sie müssen dann wieder bei Frau Dr. auftauchen. Aber ist das nicht gerade Akutsprechstunde? Ja. Aber Frau Dr. ist heute nicht im Haus, nur Herr Dr. im Haus. Ja, das ist doch mir gerade gesagt, scheißegal. Es geht um Schmerzen und da würde ich, da kann auch irgendwie Kind Dr. ran. Das ist mir egal, wenn die Person einfach fähig ist. Ja. Ja, wir machen das nicht so gerne. Was? Ja, Patienten hier kreuzen. Die Ströme sollte man nicht kreuzen. Niemals die Patienten kreuzen. Aber die Patienten ist doch, zumal, wenn der Patient ausdrücklich sagt, ist mir Backe. Gib mir irgendwie Kollegen, der das... Ja, aber du mit deinen akuten Schmerzen kannst das ja gar nicht richtig beurteilen, was das Beste für das ist. Und dann das Geile ist, als ich dann gesagt habe, von wegen... Du hältst dich aber auch hier fest am Mikrofon ständig. Ich muss mal in Wut irgendwie, ich kann ja jetzt nicht ins Mikro beißen. Ja. Und dann hätte ich gesagt, ja, können wir da mal eine Ausnahme machen, weil der Patient ja damit zufrieden ist, dass ich heute bei Hairdoktor behandelt werde. Und dann sagt sie, weil es ja halt keinen rechtlichen Grund gibt, den Scheiß zu machen, wie sie es halt sagt, und sagt, ach, im Übrigen ist eh alles voll heute. Ich sage, aber ist doch gerade dieser Akutbereich. Der ist ausgereizt. 10.50 Uhr, kommen Sie morgen 10.50 Uhr. Und dann, geiler Spruch, den höre ich da immer gerne, haben Sie Schmerzmittel im Haus? Ich nehme keine Schmerzmittel. Sollten Sie aber machen, wenn Sie Schmerzen haben. Alter. Da habe ich gesagt, naja, ich kümmere mich gerne um die Ursachen als Symptome. Ja, aber manchmal muss man halt schneller aktiv werden. Was sind das für dumme, oh, ich sage, morgen 10.50 Uhr, tschüss. Aber das ist halt so, wo du denkst, das ist halt so eine Willkür. Die haben intern so einen Egoscheiß, dass die Ärztin sagt, ich möchte aber nicht, darf ich jetzt hier irgendwie, dass sie abziehen. Also wenn, dann dürfen die nur noch zu mir. Ja, die Patienten von Herrn Dr. Pimmelberger sind auch immer ein bisschen schmuddelig. Und die ist auch gerne so, dass sie, ich bin ja meist dann irgendwas mit Nackengeschichten bei der, und da hat sie dann halt auch zum Schluss wieder gesagt, wenn sie das letzte Mal. Sehen Sie mal die Hose. aus. Wollen Sie Schmerzmittel haben? Ich sage, nee, brauche ich nicht. Ich schreibe mir mal Schmerzmittel auf. Ich nehme keine Schmerzmittel. Ich sage Ihnen, es ist nicht, dass du die verkaufen kannst. Es ist nicht verkehrt, welche im Haus zu haben. Ich schreibe Ihnen das mal auf. Und ich gesagt, sage ich ihr jetzt, dass ich das Rezept wegschmeiße? Habe ich gesagt, danke. Ja. Und dann kriegst du immer einen schönen Zettel in der Hand mit so Übungen. Kleine Bildchen. Hier, und das ist immer ganz gut. Den sei auch mal, wo du denkst, Alter, also in der vierten Klasse Sport waren das so Aufwärmübungen. Und wenn du erzählst, du machst regelmäßig Sport und halt auch nicht, also du kannst auch schon differenzieren, welche Muskelgruppen halt da immer belastet werden. Sonst was, das klingt schon ein bisschen nach, hast du dich schon mal mit beschäftigt. Und du denkst, das mache ich zum Aufwärmen. Ja, gucken sie auch mal, dass sie den Nacken ein bisschen, also den Hals und den Kopf so ein bisschen kreisen, dass sie da ein bisschen lockerer werden. Alter. Und du schießt da und denkst, du musst halt die Fresse halten, bis sie dir händlich die Physio aufschreibt. Und du denkst, wie dumm sind sie denn? Denken sie mal daran, nicht immer wie ein Kind kniend vorm Fernseher Playstation zu spielen. Ja, genau. Ja, das alte Ärztebild. Aber es ist echt traurig. Und dann guckst du dir vor, welche an, das habe ich natürlich gemacht, weil ich da gedacht habe, scheiße, guck mal welche an, die eine geile Yamda-Bewertung haben. Und dann guckst du dir einen mit 1,1 oder sowas und dann rufst du dann an und sagst, dummerweise habe ich dann gesagt, das ist schon länger her als drei Tage, weil ich das nicht im Kopf hatte. Jetzt muss man sich echt merken, dass man immer erzählt, man stirbt gleich, sonst funktioniert es halt nicht. Alles andere ist halt nicht relevant. Und dann hieß es, ja, wie sieht es denn bei Ihnen im März aus? Haben aber schon gehört, dass ich jetzt meinen Kopf nicht drehen kann. Ja, ist aber voll. Ja, wie wäre es dann, dieses Akut-Ding, das gilt nur für drei Tage. Nehmen wir an, sie vergessen das und ich sage, ich habe es seit drei Tagen. Ja, jetzt weiß ich, ja. Das habe ich aufgelegt, nach zwei Minuten zurückgerufen. Hier ist Dirk, aber mit Ü. Mit Ü, Dark. Also lächerlich, weil wenn du das hörst, dann irgendwann hast du so ein System im Kopf, wo du denkst, die wollen ja verarscht werden. Also ich habe dann halt auch irgendwie bei der Vorstellung meine Symptome nicht gesagt, ja okay, ich kann hier in den Schmerz reingehen, ich kann noch weiter. Es tut zwar, ich kann noch weiter, sondern gesagt, hier ist Schluss, ich kann mich gar nicht bewegen. Dass du sagst von wegen, okay, jetzt müssen die reagieren. Und dann, ich kann hier keine Blockaden finden. Ja, wenn ich mich so bewege, dann knackst du, das klingt nach Blockade. Danke. Das weinte ich ja neulich auch schon, wo wir nicht liefen in der Aufnahme, dass das ja schon in der Hauptstadt so schlimm ist. Wenn du irgendwo auf dem Land bist, ohne Arzt, dann kannst du ja denken, also da kommst du ja nicht mal zum Orthopäden, dann musst du zum Hausarzt. Sie wissen aber, wie selten hier ein Arzt herkommen, und sie sollten Schmerzmittel im Haus haben. Schmerzmittel und eine Schrotflinte, falls das ganz arg ist. Also ich glaube, dann würde ich mich... Das ist ja auch oft nur eine Belastung für die Oma. Ja. Also dann würde ich mich, glaube ich, wenn ich auf dem Land wohne und hätte solche Ärzte Kontakte, dann würde ich, glaube ich, regelmäßig mit Scotch einreiben und betäuben. Also ich meine, weil wenn es eh um Betäubung geht, dann kannst du es auch schön machen. Wenn du sagst von denjenigen, ja hier, sie haben da Schmerzen, nehmen sie doch mal Schmerzmittel. Und du denkst, ja gut, dann gebe ich mir jetzt einfach einen Scotch. Tschüss. Also ich meine, zumal das ja in den Hochlanden heute immer noch praktiziert wird. Also wenn du in Highlands bist, dann steht immer noch auf dem Rezept gerne mal drauf, haben sie einen ordentlichen Gin, haben sie einen schönen Scotch. Ja, aber ich meine, wenn du betrunken genug bist, ist der Schmerz halt auch egal. Ja. So fährt der Arzt ja halt auch von Haus zu Haus. Bevor er die ganzen Geschichten anhört, Ach, erzählen sie es mal. Ist ja auch als Arzt oft nur schwer zu erdulden, wie Leute sich so benehmen. Ja. Die Kuh Elsa ist tot. Klasse. Gag. Sketch. Ja, erzähl, wie war deine Woche? Ich habe keine Nackenschmerzen oder besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Deine Hände tun aber weh. Meine Hände tun aber weh. So sie aufplatzen. Deswegen muss ich sie jetzt einreiben wie Brühwürste. Ich wollte gerade Brühwürste sagen. Ja, na, was platzt denn sonst auf außer einer Brühwurst? Ah, ich weiß nicht. Ja, Der Kartoffel. Aber nicht so malerisch wie eine Brühwurst. Die platzt schon auf ganz besondere Art und Weise auf. Ne, ist einfach ein bisschen rau, aber cremen hilft. Hast du eben schon wieder, ne? Einen Tag mal, ja, einen Tag mal nichts Raues anfassen hilft auch. Dann kannst du ja also nicht in die Hände klatschen oder was? Ja, die bleiben eh hängen. Das ist wie zwei Klettbänder gegeneinander. Du hast jetzt quasi so zwei Katzenzungen als Handteller. Du könntest ja mal durchs Haar fahren, dass der Mob sich wieder klatscht rein. Ich habe etwas Interessantes gehört, weil meine Kletterschuhe, die lösen sich so ein bisschen auf langsam, weil das halt nur so billige Decathlon-Schuhe sind, die von rumänischen Sklaven gefertigt werden. Ja, es ist halt, ich meine, dass die Gummierung sich an der Sohle löst, ist halt relativ normal. Kann man nichts gegen machen. Die fühlen sich immer an wie Radiergummi. Ja, genau. Und das ist halt, die schleift halt dann irgendwann ab auf den rauen Oberflächen. Also halt ganz normaler Abrieb wie beim Autoreifen auch. Ein bisschen ordentlicher, würde ich sagen. Außer du bist die ganze Zeit nur am Abbremsen beim Auto. Ja, genau. Außerdem fährst du mit dem Auto ja nicht ständig über Schleifpapier und der Gummi ist auch ein bisschen dicker. Aber, Bruder, bei der Fische... Du kannst du gerade sagen, er ist nicht Autofahrer. Wurde ja trotzdem schon von dem Auto überfahren, wie jeder normale Mensch. Stimmt, wie war es mit 16 auf deinem geilen Mountainbike? Wir wetten das. Aber halt auch der, das, die, die Öse für den Klettverschluss. Die ist halt auch mit so einem Bändchen vernäht und das löst sich halt auf. Und das war bei dem Schuh, den ich davor hatte, auch so. Aufwachen, die Öse! Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich gehört... Ich weiß gerade, du spannend bist, Ja, bei Decathlon kannst du deine Sportsachen ohne Angabe von Gründen ein Jahr lang umtauschen oder zurückgeben. Ein Jahr lang? Ein Jahr lang. Das ist deren Kulanz. Das ist ja nur, weil die wenigsten das machen. Aber ich habe dann halt von Leuten gehört, dass Leute einfach Sachen... Genutzte Sportsachen. Ja, oder die haben auch ganz viele Outdoor-Sachen, dass Leute sich Sachen für ein Festival da kaufen und dann nach dem Festival vollkommen versifft zurückbringen. Und das ist vollkommen okay. Das ist in Ordnung mit denen, ja. Aber dann ist es doch für jeden Urlaub, für alle Aktivitäten, die anstehen, Decathlon machen, zurück damit. Du musst wahrscheinlich auch nur 75 Prozent der Klamotten zurückbringen. Das heißt, wenn die irgendwie abgerissen sind, sonst was, ist ja noch eigentlich das T-Shirt oder das was. Warum holen wir uns denn nicht laufend nur unsere Sachen bei Decathlon? Ja, und waschen die nicht, sondern bringen sie einfach zurück und holen es neu. Es riecht streng. Haben sie das getragen? Nee. Ohne Angaben von Gründen, Kollege, ich sagte, es riecht streng, weg. Mit einer Kundenkarte sogar zwei Jahre. Ist alles. Auf jeden Fall, wenn jetzt irgendwie. Aber jeder Outdoor-Urlaub, da wirst du dich doch komplett eindecken. Sagst du, ist doch scheißegal, für 1500 Outdoor-Equipment. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich meine Quittung noch habe davon, weil ich habe die jetzt vor drei, vier Monaten gekauft und halt, das ist so eine Quittung, das interessiert mich ja nicht. Aber wenn ich die noch habe und die jetzt irgendwie durch sein sollten, im nächsten Monat, ja jetzt, wo ich es weiß, wenn die jetzt durch sein sollten im nächsten Monat, dann gehe ich halt hin und sage ich, naja, ich weiß nicht, ob es jetzt am Modell liegt oder ob das an dem Exemplar lag, aber ich hätte schon ganz gerne neue Schuhe und dann, ja, werde ich mal das System für mich tanzen lassen, wie Christian Lindner. Aber das ist doch, ja, in Zukunft hast du ja nur Decathlon-Sachen, die halt verschleißen können. Ja, also genau, dann ist halt die Frage so, wo ich dann auch sage, naja, entweder nehme ich halt das Modell nochmal, ich mag die Schuhe ja eigentlich ganz gerne oder ich sage halt, naja, dann nehme ich halt die, die haben auch so ein paar Markenkletterschuhe. Ich wollte gerade fragen, haben die auch Qualitätsdinger. Ja, genau, die haben auch Qualitätsdinger. Aber ist da nicht die Gefahr, dass du dir halt 200 Euro in den Botten holst, nach drei Monaten die abreibst, gehst hin, sagst, weg damit. Sagen sie so, oh, und jetzt? Ja, neue. Ja, genau. Und das zahlst du dann einmalig 200 Euro und kannst dein Leben lang Schuhe da tragen. Du gehst dann halt alle Modelle immer durch und rotierst die so ein bisschen gegeneinander. Aber die müssen doch irgendwo in ihren AGBs sowas haben, wenn das jemand ausreizt, ist Feierabend. Ich habe es gestern auch mal gegoogelt, weil ich es nicht glauben konnte. Aber wenn du es ausreizt, das können sie dir ja nur mit einer Kundenkarte nachweisen. Also es ist eigentlich dumm, eine Kundenkarte zu holen. Du kannst halt zwei Jahre zurückgeben, da brauchst du den Bon aber nicht mehr. Okay. Ich meine, selbst bei Amazon, wo du halt alles eigentlich ohne Angaben von Gründen zurückgeben kannst, gibt es ja halt schon die Fälle, wo halt Leute gesperrt wurden. Halt irgendwie so ein Mann aus Norddeutschland, weil der halt für so eine 18-köpfige Familie immer komplett den Warenkorb da vollmacht mit 1000 Klamotten, jeder in 10 Variationen und kauft dann manchmal gar nichts, hat dann halt aber 50 Items bestellt und das halt jeden Montag. Dann haben sie immer gesagt, tschüss, das war's. Das war auch bei Zalando so am Anfang. Die hatten ja noch dieses Schrei vor Glück oder Schicks zurück Ding, was sie auch schnell rausgenommen haben aus der Werbung, weil halt Leute das einfach gemacht haben. Die lassen sich die Schuhe dann in acht Größen zuschicken, gucken, welche am besten passen und schicken da alle zurück, weil sie die dann bei Amazon günstiger finden. Das ist ja krass. Also wenn das wirklich stimmt, dann ist das für alle... Ich muss halt echt mal nach dem Bon schauen, aber ja. Also allein so ein Scheiß, was du ja auch ordentlich angetrieben hast, mit dem ganzen Trainings-Equipment, dass du dir dann halt irgendwie Battle-Ropes holst, ein paar Glöckchen, also ein paar... Die haben ja viel da. Ja, irgendwelche Gewichte allen Scheiß. Du warst da noch nie, oder? Nee. Aber die haben halt Abteilungen für alles und halt richtig gute Städte. Da müssen wir mal hin, das wäre ja ein richtiger Blödeinkauf. Ja. Da müssen wir halt einfach nur sagen, wir nageln den Bon zu Hause an die Wand. Gerahmt. Da, wo aber kein Licht hinkommt, das ausbleicht. Ich muss halt bei mir in Popmoné einfach mal schauen, ob ich den alten Bon noch habe, aber ich meine, das wäre wirklich ein Handwerksvergrund. Dein Fahrrad zum Beispiel. Naja, die Naht ist da gerissen. Ja, mein Fahrrad, ja. Ich meine, warum hast du Trottel dir denn einen Mantel und einen Schlauch geholt? Du schiebst das kaputt so Decathlon und sagst, so Freunde, zurück damit, das andere nehme ich. Tschüss, Ring, Ring. Der Reifen vorne bleibt. Du kannst auch bei denen im Laden Probe fahren, weil es so groß ist. Das Fahrrad. Siehst du immer wieder Leute auf dem Rad. Naja. Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie, Timo hat mir erzählt, dass er damals als T-Punkt gearbeitet hat, gab es einen Kollegen, der hat halt diesen, was war das, 90er oder Anfang 2000er, glaube ich, war Eastpack total in. Ja, ja. Und diese ganz einfach Rucksack. Und die haben ja damit beworben von wegen, hält ein Leben lang. Ein Leben lang, ja. Und wenn irgendwas kaputt ist, schick den eine, ohne irgendwie Randale, kriegst du halt neun. Und der hat das wohl, der hat sich da voll dran gehalten. Und der, und da brauchst du ja keinen Bon, weil du hast ja einen Eastpack. Und du, und der hat das glaube ich vier oder fünf Mal gemacht. Der hatte immer wie ein Eastpack. Und der hat dann halt auch mal irgendwie so ein Festival durchgezogen. Das war das Ding dann zerrissen, vollgepisst, keine Ahnung. Und dann neu. Ja, faszinierend. Aber das ist halt auch, das macht ja keiner. Genau. Das ist, also, weil, ja, kostet halt auch nichts. Ja, eben, genau. Und dann ist es wahrscheinlich aufwendiger, dann zu sagen, ja, 30 Tage, dann kommt jemand nach 32 zurück und bist dann so kulant. Und dann entscheidest du von Fall zu Fall. Und wie gesagt, ich hätte ja tatsächlich einen Grund, weil einfach die Naht da gerissen, dass ich den Klettverschluss vorne nicht mehr zukriege. Ja. Also, es ist schon, ich kann es ja auch durchaus dann belegen. Und dann, ja. Naja, es ist halt alles ein bisschen seltsam. Aber ich werde es noch mal ein bisschen recherchieren, dann vielleicht in der nächsten Folge davon berichten. Aber es ist auf jeden Fall auf meinem Radar, meine alten Kletterschuhe vielleicht einfach gegen neue zu tauschen. Ey, da wäre ich ja gerne dabei. Ja. Sag Bescheid. Ja, ich werde darüber handfest berichten, aber das ist alles ja nicht Thema. Aber ein Jahr. Also, ich meine, die haben ja halt auch Winterbekleidung. Aber ich denke, von wegen, da passiert da nichts mit, aber du kannst dir halt mal so eine ordentlich fette, dumm dicke Winterjacke und Winterhose, wenn du so etwas brauchst, ey, wird bekloppt. Ja. Und ein Jahr ohne Mitglied, also einfach nur heb den Bon auf, ja, das kriegt man vielleicht hin. Ja. Krass, ey. Ohne Angaben von Gründen finde ich das Beste. Ja. Auch wenn der Kult, dann darf ja eigentlich von Haus wegen, darf denn der Angestellte dich nicht angucken, waren sie nicht zufrieden damit? Der darf dich ja nichts fragen, weil das wäre dann plötzlich ein Grund erfragen. Ich werde das mal ganz kurz, ähm, Also wenn das jetzt nicht gerade High-End-Werbung ist für die, aber auch so. Ja, ach meine Güte, es gibt andere Alternativen, die nicht auf Sklavenarbeit setzen und teurer sind. Ähm. Da, 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 da. Ah. Ah. Wie kann ich Artikel... Und du suchst jetzt auf der Seite nach? Ja, warte. Ich höre auf Decathlon. Begeistert oder umtauschen? Bist du mit einem Produkt nicht zufrieden, dann tauschen wir es ohne, wenn aber um Teste dein gekauftes Produkt bis zu 365 Tage lang. Das 14-tägige gesetzliche Wiederholfsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb von diesem Zeitraum kannst du deinen Artikel kostenlos in einer Filiale zurückgeben oder an uns zurück senden. Wichtig hierbei Vorlage der Rechnung oder Kundenkarte. Bist zu klingt so wie in Einzelfällen oder nicht jedes Produkt oder so. Ja, warte. Wovor bist du? Ganz am Anfang. Bis zu 365 Tage. Bis zu 365, ja. Bist du klingt irgendwie... Achso, naja, ich meine nicht länger als... Das klingt so, bei manchen kannst du 20 Tage, bei manchen bis zu 365 Tagen sowas wie Steine kannst du zurückgeben, Schlüpfer nicht. Naja, man kann es ja vor Ort erfragen. Ja. Man muss es ja nicht kaufen. Man kann es hinlegen. Eine Online... Zurückgabe hier auch, ja. Sobald eine online angemeldete Rücksendung in unserem Logistikzentrum eingegangen ist und bearbeitet wurde, wird der Umtausch angestoßen beziehungsweise die Erstattung und Gutschrift veranlasst, ja. Achso, du musst es mal einschicken. Du kannst es nicht in einem Shop machen. Ich glaube, Shopware sind so einfach, ne? Die ich in einer Verhältnis... Es geht gerade hier nur um die Online-Dinge. Ja, ne? Ganz schön crazy. Es gibt eine App dazu. Ja, Mann. Aber wie gesagt, darum geht es hier gar nicht, weil es wurde eine Frage gestellt, nicht uns jetzt als Podcast, aber in einer unserer Chatgruppen. Und ich dachte, das ist doch was... Das heißt, in einer unserer Chatgruppen. Ich weiß ja nicht. So, wenn ich in mehreren... Ja, wir sind auch noch in der Exletics-Gruppe. Was denn, sage ich, in einer unserer Chatgruppen? In der Streitgruppe gab es eine Frage. Genau, es war eigentlich ein privates Gespräch, aber es ist ja auch mehr oder weniger ein privater Podcast, weil außer Timo keine... Und die übernimmst du jetzt hier einfach? Die übernehme ich jetzt hier einfach, genau. Ja. Das ist ja ein Pfeifer. Was? 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 Würdest du machen, wenn du einen deiner Freunde oder zwei Leute, die du kennst, beim zufälligen Surfen aus journalistischem Interesse als verifiziertes Paar auf Pornhub entdeckst? Was war einer deiner Freunde? Also einer deiner Freunde? Also einer ist ein Freund und der andere ist der Partner des Freundes oder beziehungsweise muss ja noch niemand Partner sein. Oder du bist mit beiden befreundet, genau. Oder du findest nur den Freund, du erkennst auf jeden Fall einen. Schrägstrich die Freundin, genau. Du bist... Mindestens einen. Ja, du bist gerade, du hast dich... Oder alle fünf. Du wolltest woanders hinklicken und bist dann aus Versehen verrutscht auf der Tastatur und landest auf Pornhub. Also Freund ist ja dann schon Freund. Also jetzt nicht bekannter. Oder besserer Bekannter. Also ich sag mal jemand... Nicht bekannt, sondern besserer Bekannter. Also ein Kumpan, ein Kumpel. Kumpel ist für mich wie Freund. Na gut. Wie auch immer. Also jemand, den du nicht einfach nur so vom Sehen kennst und mal irgendwo gesehen hast, sondern... Also zum Beispiel sowas wie... Johnny würde auch zählen. Ja. Jemand, mit dem du öfter sozial interagierst. Wo es awkward wäre. Oder? Also nicht jemand, den du dein Leben lang dann vermeiden kannst und sagst, na gut, dann sehe ich ihn oder sie wohl nur noch in der Zweitkarriere. Naja, aber wenn ich jetzt mich so an Johnny festbeißen würde. Ja. Ja, das ist halt auch die... Das ist ja auch erstmal, was hast du für eine Grundeinstellung zu Porno und Sex und sonst was. Ist das jetzt irgendwie was sehr, sehr Unangenehmes, über das man nicht spricht? Oder ist dir das halt Wumpe, was jeder macht? Ich glaube, mir wäre das egal. Ich fände es halt lustig, man würde sich mit Sicherheit irgendwie kurz darüber unterhalten. Ja. Mit der Person? Nee, man würde sich wahrscheinlich, wir würden halt, wie wir Klatschweiber sind halt in unseren Chat, beziehungsweise, wenn wir mit Scotch und deiner Konsole unterwegs sind, würden wir halt damit... fragen, ob es eine Pornhub-App für die Switch gibt. Wir würden uns wahrscheinlich das Ding... Nee, würden wir trotzdem nicht angucken. Das ist nämlich auch die Frage. Diese anfänglich pubertären Dinger, dass man da halt mal so ein Porno zu zweit, zu dritt oder in der Gruppe... Das habe ich ja nie gemacht. Okay. Ich bin mal in so einer Situation, wenn du halt bei irgendeinem... Vielsagende Geste... Wenn du mit einem Kumpel zu irgendwie jemand anders gehst, den du nicht so gut kennst, dann heißt es von wegen, ja, die Eltern sind weg und dann bist du halt da und dann läuft dann plötzlich ein Porno und dann denkst du, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Und alle, das ist nicht cool, wir gucken ein Porno. Und denkst, ja, wir zusammen, ist das nicht uncool? Aber die Tatsache, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, der hätte, dann ist die Frage auch so, kenne ich die Person, also die andere Person? Dann ist aber natürlich... Weißt du vielleicht, der Freund, schrägstrich die Freundin von dir, ist in einer Beziehung und der Porno ist mit jemand anderem? Das ist dann ja schon wieder... Also ich meine, ich dachte jetzt... Und eindeutig datiert, weil eine Tageszeitung auf dem Tisch liegt? Ich habe jetzt, also die Basics, habe ich jetzt gesagt mal so, irgendwas so, alle sind d'accord und alle sind safe. So, das... Also klar kannst du... Also alle Eventualitäten hier durchspielen. Also generell finde ich es ja erstmal faszinierend, dass man, dass man, ich sag jetzt mal, bei uns wäre das wahrscheinlich, dass man den Kumpel, den Freund erkennt, weil die Pornos, die ich gucke, da würde ich jetzt den Typen nicht erkennen. Außer ich erkenne den Schwanz ganz klar. Oder er hätte halt, ein markantes Tattoo in dieser Region, was ich halt dann wieder... Aber jetzt ganz ehrlich... Die Stimme, die Stimme womöglich. Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht Brownie? Jemand, der sich räuspert. Oder ein... Oh, Dr. Ranjit schreit auch dort. Genau. Ne, jetzt ehrlich, ich glaube, das ist erstmal das Ding, denjenigen zu erkennen. Das müsste dann schon... Das ist so ein klassischer deutscher Porno, wo man dann halt irgendwie die Gefühl-Cuts dann in dem Gesicht hat, wo man dann halt einfach mal so, guck ihn doch mal an und denkst, äh... Nee, will ich ja gar nicht. Also ich meine, das, glaube ich, finde ich schwer. Ich glaube, es wäre... Okay, sag mal, ich sag mal so, es ist jemand, den du besser kennst und du erkennst das an der Wohnung. Ehrlich gesagt, kenne ich gerne so viele Wohnungen. Pimmel meist immer bei dir und die Leute kommen auch alle zu dir. Auch Fremde, die du nicht haben willst. Was macht die hier? Ach, Klaus, wir treffen uns immer bei dir. Das ist wie Kramer, der halt immer alle zu Jerry einlädt, weil er sagt von wegen, hier ist es irgendwie wohnlicher, hier sind Möbel. Das ist bei dir auch der Fall. Bei mir ist das schon immer ein bisschen so ein Studio-Feeling. Ja, beziehungsweise, ich fände es irgendwie, glaube ich, interessanter, wenn man jetzt, sagen wir mal, von einem Kumpel die Freundin sieht und dann versucht sie zu erraten, ist der andere denn auch der Freund, den ich kenne? Ja. Weil ich würde halt echt behaupten, es wird generell erstmal schwer, also es meinte doch, Brownie meinte doch, er hätte das gesehen. Ja, genau. Aber er hat nicht jetzt gesagt, ob er sie oder ihn kennt oder ob er beide kennt. Er hat ja von einem Verified Couple geredet. Also er kennt beide? Ein Pärchen. Okay, okay. Es klingt so an. Also müssen wir mal von seiner Basis ausgehen, man erkennt beide. Gerade, gerade war ja auch die Baseline von dir, es ist der Typ, mit dem du befreundet bist, aber es kann ja auch die Frau sein, mit der du befreundet bist. Ja. Und das würdest du ja eindeutig erkennen. Ja. Da ist ja die Frage, siehst du es in den Thumbnails? Also siehst du da das Gesicht, was du kennst? Das ist auch die Frage, wie er darauf gekommen ist. Das muss ja schon ganz deutlich, also es muss ja ein famoser Zufall sein, dass er sagt, irgendwie, keine Ahnung, äh, Redneck, Granny, äh, keine Ahnung, Free Home Pool Party oder sowas, also irgendwelche Favorites von ihm da reingepackt und dann sieht er, denkt er, ist es die Granny? What? Das ist ja Jefferson oder so. Ja, also ich meine, erst mal, wie er darauf gekommen ist, deswegen glaube ich, muss es eine Thumbnail sein. Genau, siehst du es vielleicht bei den Trending, es ist vielleicht halt nicht nur ein Verified Puppet, sondern richtig Top-Rated. Ja. Ja. Die geben sich richtig Mühe. Naja, aber hat das denn, äh, äh, nee, ich hab noch keine, ich hab noch keine Details dazu, ich hab keine weiteren Details dazu. Also wir wissen, wir wissen beides gleiche. Also der hat einfach nur das erkannt und weiß jetzt nicht, wie er damit umgehen soll. Ja. Ich würde aber Brownie auch so ein bisschen konservativer einschätzen, das ist ihn schon irgendwie unangenehm. Ich, mir wäre es auch unangenehm. Also vor allem, ja wie gesagt, es kommt mir doch an, wer es ist. Das ist ja die Frage, also erkennst du es am Thumbnail und kannst es halt leicht vermeiden, dass es halt richtig awkward ist. ich glaube, da gibt's dann eher, dass man draufklickt, um zu bestätigen, dass man denkt, Alter, die sieht ja aus wie, oder sowas. Ja. Und dann klickt man drauf, weil man halt nicht sagen kann, dass halt so ein daumengroßes, ja, Thumbnail halt dann irgendwie, die, also du hast es ja nicht. Ich gucke es ja gerne auf meinem 48 Zoll Fernseher. So. Mir ist es ein bisschen größer als der Daumen. mach bitte Fenster zu, ich mag immer das nicht. Ja, und dann, wenn man das dann erstmal erkennt, ich glaube, dann ist man, ich glaube, dann ist man gar nicht primär peinlich berührt, sondern man ist halt einfach fasziniert überrascht. Mhm. Beziehungsweise, wenn es halt ein Couple ist und dann, das ist deutlich so ein, so ein Pärchen-Video, also das heißt von wegen, die haben jetzt keinen klassischen Porno gedreht, sondern schon so, wir wollen alles zeigen, aber uns dann auch, also eher so für uns und dann gab es so ein, naja, wenn das jetzt raus ist und das ist ein aktives Couple, dann sind die jetzt gerade vielleicht, die sagen, hey, wir stehen dazu, wir sind jetzt halt einfach schon lange so, haben schon öfter solche Dinger gemacht und jetzt haben wir es auch mal bewusst hochgeladen, weil wir es halt einfach geil finden, kribbelig irgendwie, steigert das bei uns unsere intime Atmefähre, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ich glaube, Ja, also die Sache ist, würdest du ihn oder sie damit konfrontieren beim nächsten Treffen? Ja. Das steht ja voll im Raum. Sag mal, du, ich habe dich neulich im Internet gesehen. Ne, die wissen auch ganz klar, also beim Sex. Die wissen auch ganz klar, was, also ich meine, du hast ja dann halt auch, du kannst ja dann auch gucken, welcher Kanal das ist und wenn du jetzt den Kanal anklickst und plötzlich hast du dann halt irgendwie, keine Ahnung, Bärbel und Horst's Favorite Moments, dann merkst du ja von wegen, das ist deren bewusste Entscheidung, wir wollen das jetzt mit allen teilen. Wenn das jetzt halt irgendwie ein Kanal ist, wo du denkst, okay, der Name, die anderen Videos, das hat nichts mit denen zu tun, ist das halt irgendwas, was durchgerutscht ist? Also wurden die halt irgendwie, das kann ja auch sein, da ist was gehackt worden und da wurde halt nach irgendwas gesucht und Geld war nicht zu finden oder die Daten waren halt langweilig und dann plötzlich war so ein Private Porn drauf und das war ja ganz interessant. Das kann ja auch sein. Beziehungsweise oft ist es ja immer so ein Revenge-Ding, Ex-Girlfriend hier, jetzt zeige ich mal die ganzen Videos, die ich gedreht habe. Ja, also ich gehe jetzt mal, oder wir gehen ja vielleicht davon aus, dass es halt eine freiwillige Aktion war, beide sind sich dessen bewusst, dass es jetzt im Netz ist und finden das toll. Und ich glaube, dann kann man, wenn man das halt auch als solches sieht, auch genauso leicht damit umgehen, als wenn du dir da nicht sicher bist. Also, weil ich glaube, das ist ja auch eine Provokation, die dann da stattfindet, bei denen das bewusst öffentlich zu machen und dann ist es ja halt, dann wollen die ja Reaktionen haben und dann wissen die ja auch, das ist jetzt nicht von wegen, dass die ganze unbekannte Welt das mitkriegt, sondern ganz klar dann halt auch, ja, und wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, ein Porno haben wir noch nie gewinnen, so was, sondern dann würdest du sagen, Alter, ihr habt ja richtig aufgeräumt. Wusstest du nicht, dass du so dehnbar bist? So. Ja. Also, ich finde es irgendwie schon faszinierend. Gut, aber damit ist es, also, ne, wir müssen noch mal erklären, es ist auch keiner von uns beiden, den Browning da meint. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass er tatsächlich, ich habe keinen offiziellen Account. Also, wir beide sind es auch nicht zusammen. Können wir den Part jetzt schneiden? Für Nüsse. Porno für die Ohren. Ja, ich meine, Wolke A7 ist ja thematisch nicht so weit. Ich weiß nicht, also, ich würde mir schon, stell dir vor, das ist auch so ein richtig aktiver Account, der immer mal so Videos in der Trending-Sektion hat. Mhm. Also, wie er darauf gekommen ist. Würde mir halt schon komisch dabei vorkommen, ständig Leute, die ich kenne, mit denen ich eventuell häufiger zusammenarbeite. Ständig ist auch gut. Naja, äh, Ich kann X-Hamster nicht mehr öffnen, ohne Bärbel zu sehen. Und Horst. Die sind sogar in den Werbeblöcken drin. Haben Sie schon über Rückenschmerzen geklagt? Dann empfehle ich Porno selber drin. Ich habe heute über Rückenschmerzen beim Schlafen geschrieben. Du bist beim Schlafen geschrieben? Über. Mann, du bist ja auch effizient. Aufgewachte Taris durch. Und dann ging es ums Lattenrost. Ja? Ist das jetzt so ein interner? Das deutschen liebstes Kind, das Lattenrost. Absoluter Schwachsinn. So ein Lattenrost ist absoluter Schwachsinn. Hat bei Stiftung Warentest in jedem Fall gegen eine Spanplatte versagt. Das ist halt nur für die Belüftung wichtig. Ja. Wenn man es nicht wegräumt. Ansonsten kann man sich das Ding halt auch schenken oder selber was zusammenschreinern. Ja. Ja. Hier hört ihr es zuerst. Naja, außer diese arschteuren ergonomischen Dinger, wo du halt da vorne, hinten und Fuß und alles nochmal hoch und einrasten kannst. Ja gut, wenn du es hoch machen kannst, ja. Aber das ist dann auch der einzige Mehrwert davon. Weil ansonsten ist es die Matratze, auf die es ankommt. Naja, und es hat eine federne Wirkung, wenn du da halt drauf rumhopst. Beim Sex oder aus Langeweile. Was du halt bei einfach nur einer Spanplatte nicht so hättest. Außer du hast halt so einen Taschenfeder. Taschenfeder kehrt. Ich weiß ja nicht, ob die federnde Wirkung das da so ein Lustgewinn. Ich sag halt nur, das ist halt so ein lustiger Nebeneffekt. Also die klassische Kevin-Allein-Zu-Haus-Szene auf dem Bett springen wäre dann mit einer Spanplatte ein bisschen schwierig. Kevin, jetzt bemühe dich doch mal. Es tut weh an den Füßen. Horst und Bärbel testen Matratzen. Das klingt nach so einer Kabel-1-Nachmittagsendung. Ich würde es ein bisschen später am Abend senden, wenn es Horst und Bärbel sind. Ich hatte mal eine Freundin, die hat sich eine Matratze gekauft und die wollte im Laden, dass ich, also klar hat man sich immer so draufgeschmissen, aber man meinte, bewegt dich doch mal. Müsst du was? Ne, irgendwie so bewegen, weil man liegt ja hier nicht nur. Ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Sexbewegungen andeuten, um dann, also außerdem ist es halt eine Matratze, die auf dem Boden liegt und die wünschende oder erhoffende Federwirkung hast du dann halt mit, wie gesagt, halt irgendwie Lattenrost oder irgendwas. Ist das peinlich oder was? Ja, das ist mir peinlich. Ja, das ist mir peinlich. Also ich weiß ja nicht, ey. Also ich, nochmal, um zurück aufs Thema zu kommen, ich fände es halt schon komisch, dann ständig das zu sehen. Du musst es nicht ständig sehen. Das ist ja auch die Sache. Du kannst ja sogar mal Stopp machen. Ne. Oder den Download unterbrechen. Oder die einzelnen Stills ausdrucken als Daumenkino für unterwegs. Ich formuliere es mal um. Es jedes Mal zu sehen. Was heißt denn jedes Mal? Oder bedroht davon zu werden, es zu sehen. Du bist der Grund, warum es so top rated ist, weil du es Zufall entdeckst und dann halt einfach hochpusht. Immer einen Daumen gibst, immer Kommentare und sagst, ich kann nicht mehr aufhören. Und irgendwann schreibt dir dann Johnny und sagt, Alter, danke, danke. Wir verdienen mittlerweile ein Geld. Dann würde ich mir echt überlegen, einen Account zu machen und meine Freunde oder Bekannten zu blockieren. Also wenn die dummerweise immer bei deinen Gesuchen auftauchen, also dass sie dummerweise deine Fantasie permanent erfüllen oder jedenfalls der Algorithmus denkt, das ist... Ich bin ja im anonymen Browserfenster, also... Ja, aber du suchst ja immer wieder neu dann. Ne, ich entdecke schon mal. Ach so, du suchst gar nicht, sondern du... Ich scroll da mal so durch, bis was Interessantes da ist. Aber sind die Ersten dann nicht immer die Top-Rated-Dinger? Ja, deswegen, ne? Also ich gucke da mal so... Mensch, Hunde habe ich auch noch gar nicht gesehen. Die kann man epilieren. Schaut mir mal an. Frauen in Pokémon-Kostümen. Pokémon. Ja. Ungekochter Mais geht auch interessant. Damit sind wir zurück bei Kornhub. Nicht schlecht. Das hatten sie doch mal zu... Zum Erntedankfest? Ich finde eh mal die... Thanksgiving hatten sie es, glaube ich, mal umgestellt. Da haben sie nur Videos gezeigt von Mais, der eine Pfanne brät. Die sind eh sehr selbstironisch. Also... Und auch ganz intelligenter Witz. Also manchmal denkst du echt... Ja, schon ganz lustig. Dass man sich echt mit der Seite beschäftigt und dann einfach nur irgendwas liest oder so. AGBs. Aha. Kommentare. Ja, aber jetzt... Wie ist das denn? Jetzt... Sagen wir mal, du wirst Johnny erkennen. Und triffst ihn auf der Straße. Ja. Was wäre denn das dann bei dir? Ich glaube, ich würde es nicht ansprechen. Okay. Vom Gefühl her. Also ich glaube, ich würde es nicht ansprechen, wenn seine Freundin daneben wäre. Weil auch wenn es seine Freundin ist, könnte ich mir vorstellen, das ist was, was... Ja. Also wenn einer... Wenn ich mit einem davon sehr gut befreundet bin... Also ich bin mit keinem Pärchen gut befreundet. Ich bin mit Pärchen immer so bekannt irgendwas, aber mit keinem Pärchen bin ich gut befreundet. Und deswegen wäre es bei mir dann so, dass ich dann immer die Person, mit der ich gut befreundet bin, wenn ich die ausschließlich, also mit der alleine wäre, auf der Straße reicht mir schon, dann würde ich es ansprechen. Aber wenn dann halt beispielsweise... Nehmen wir jetzt diese Fantasie Johnny und Freundin, dann würde ich jetzt nicht sagen, na, ihr Kameramäuse? Sondern die ganze Zeit... Aber wenn Johnny alleine ist, na, du Kameramäuse... Ja, doch, auf jeden Fall. Also alleine schon, stell dir mal vor, das ist irgendwas Geleaktes, irgendwas, was dir gar nicht... Achso, ja. Und keiner kommuniziert ist und hinter dem Rücken... Und jemand anderes verdient richtig Geld damit. Und das? Ja. Ne, dann ist dann... Da würde ich dann irgendwie echt erst mal fragen, Alter, das Video, habt ihr das gewollt, oder? Und wenn dann jemand... Ich glaube, da brauchst du ja den nicht spezifisch werden. Da wird der ja gleich sagen, ja, geil, habt ihr gesehen. Oder was für ein Video. Und dann ist halt... Dann ist halt richtig Kacke am Dampfen, wenn dann halt... Ich glaube, das könnte man dann halt irgendwie Brownie mal ans Herz legen, dass einfach nur eine Person sich schnappt und meint von wegen, einfach nur fragen, ey, ist das gewollt? Weil dann hat... Dass dieser rechtliche Bereich erst mal gedeckt ist. Wie er dann zu stehen, ist ja scheißegal, aber er könnte helfen in dem Moment, wenn halt jemand sagt, fuck, bei uns ist auch unser Private-Porn-Tresor gerade gebrochen irgendwie und die sind alle auf dem Haken. Klassisch auf DVD archiviert, im Tresor zu Hause gedacht. Und jemand hat hier alle eingelegt und mit der Super 8 abgefilmt. Derjenige hatte einen Rucksack auf dem Kopf, möchte nicht weiterkann werden. Er hat doch irgendwie Freiheit gesungen vom Westernernhang, ich weiß es nicht mehr. Was für ein Dinosaurier. Ja, voll. Aber interessant auch, wie er das... Also ich meine, der provoziert ja damit enorm sowas in der Gruppe und führt es dann aber nicht weiter aus. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch einfach nur so ein... Wo er so ein Reizthema mal locken, wo er irgendwas locken wollte. So wie als du gemeint hast hier, Schemann sterben, da muss was passieren. Und dann gab es halt irgendwie sofort Reaktionen. Einerseits halt irgendwie lustig, andererseits denkt man so, ja, war das ernst oder einfach nur, man kann damit was triggern. Ja. Aber, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich finde es halt immer ein bisschen komisch, weil man kennt ja jetzt wenig seiner Freunde beim Sex. Ja, es heißt wenig. Hechle ich so laut? Wenig, ja. Das ist aber echt, also ich habe schon gedacht, bei mir wäre das in der alten Wohnung. Ja. Das ist halt, ich sage mal jetzt mal, nicht die Adresse. Bisschen schwierig. Einmal nicht, ja. Und jetzt in der neuen, jetzt sage ich die Adresse. Hier ist im Sommer Innenhof, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr Ausnahmen war, aber da gab es schon, da ist manchmal auch ein Konzert, du denkst, ihr wisst schon, dass das in einem großen Karre-Innenhof, halt halt. Ja. Also nach hinten raus, bei mir auch, das habe ich ja, habe ich ja neulich, habe ich ja vor ein paar Monaten erfahren von jemandem, der da schrie, nachts durch den Innenhof. Sie oder er? Er. Also er hat geschrien, halt wie so ein Irrer schreit. Ach so, aber. Die werden dich kriegen, die sind alle hinter mir her. Das ist schon länger her. Ja, meine ich, das ist ein paar Monate her. Okay. Aber jetzt, jetzt schreit er wahrscheinlich erstmal drin, weil Winter ist. Ach so, der wohnt da aber auch, es war jetzt keiner, der da irgendwie in den Hof gestolpert ist. ich hatte ihn dann ein paar Wochen später nochmal gehört und mehrere Nächte hintereinander zu dem Vorverweich, hat er einfach eine psychische Erkrankung und seine Tabletten sind ihm ausgegangen. Ja, also ich meine, das nimmt man, man hört es dann schon schön durch den Innenhof. Ich hatte gestern beim Training, ich bin rumgelaufen und auf dem Platz, alleine und dann gegenüber, ist das das Seniorenfreizeitheim da? Seniorenfreizeitheim, ja. Und da war dann halt immer, konnte ich 20 Minuten am Stück und dann wieder tiefer einatmen und dann Ja, die können sich keine Feuermelder leisten. So steht es um die deutsche Rente. Die werden Rentner abgestellt in jeder Wohnung, die als Feuermelder agieren. Dann kam da irgendwer in den Raum, wahrscheinlich war diese Dame schon bekannt zu was und dann wurde folgendes gemacht, nämlich das Fenster, was auf Kipp war, geschlossen. Da hörte man nur Das war super. Problem gelöst. habe ich auch gedacht. Geil, wir hatten doch irgendwann mal da so einen Hund, der dann so auf der Kälte auf dem Balkon saß. Auf so einem 2 Quadratmeter Balkon und dann so einen Golden Retriever, der dann halt irgendwie, wenn er sich kratzte, schon zur Hälfte runterfiel. Da waren schon mehrere solche Fälle von. Aber ich muss sagen, als wir da unten im Foyer waren und die Senioren da gerade bei Kaffee und Kuchen vor, weiß nicht, was sie gesehen haben, Magnum, da habe ich auch zu dir gesagt, ach, hier müssen wir auch mal einziehen. Ja, aber ich meine direkt neben dem Sportplatz. Ja, so ungeil ist das ja vielleicht gar nicht so. Kommt drauf an, was du daraus machst natürlich. Wenn du halt dann sagst, äh, alt, scheiße, oder so ein bisschen, was ja natürlich auch passieren kann, so Altersdepressionen, aber wenn du halt irgendwie sagst, ja, hier da, unten ist ja ein Fitnessraum. Wir haben ja auch schon gesehen, wie die so ein bisschen Yoga-angehauchte Bewegungsdinger gemacht haben, so. Ja, wir würden noch ordentlich dabei sein. Wäre schon ganz geil. Ja, und ich meine, später, wenn wir Senioren sind, in drei, vier Jahren, werden die auch eine Konsole haben. So. Ja, du hast doch mal gesagt, oder wo wollte ich das, dass das hier, diese, diese, Auf der Wii, das Senioren, ja genau, also es wurde halt, Bowling und sowas. Ja, die Wii ist ja auch schon ein bisschen älter, also nicht die Wii U, sondern noch ganz kurz die Wii, aber es gab auch diese Sportspiele, dass das den Senioren halt gut zu vermitteln war, die halt vorher mit Videospielen nichts anfangen konnten und mit Computern auch nicht, weil die halt noch nie dieses Interface gewohnt sind. Also wir sind ja mit dem ganz klassischen Computerinterface von Tastatur und Maus groß geworden und halt wissen, was ein Spielecontroller ist, weil wir mit dem NES-Controller angefangen haben und halt, ne, naja, ein NES-Controller war nicht mein erster Controller. Echt? Ne, ich bin ja ein paar Jahre älter und ich habe halt mit dem C64 klassischen Joystick angefangen und dann Amiga 500 Joystick und dann NES und dann Super NES. Aber ich meine auch ein Joystick, das kannst du einfach verstehen. Es gibt ein, zwei Knöpfe und du gehst in die Richtung. Aber den Knüppel, den gibt es halt bei den Dingern nicht mehr. Der Knüppel, ja. Ja, der ist halt, also generell irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das noch so ein Spezialding ist, ich hatte früher, ich hatte auch einen Joystick, weil PC-Spieler hast du halt mit dem Joystick gespielt. Ja. Und dann halt so ein Flugjoystick mit 30 Tasten und noch so einer Richtungskontrolle und damit habe ich dann FreeSpace gespielt, so einen Weltraumsimulator oder was, aber auch agil. Das, ich weiß noch, hatte ich über dem Bildschirm, war noch so ein alter Röhrenmonitor, hatte ich noch so eine Beschreibung, welche Taste von der Tastatur was macht, weil bei FreeSpace war wirklich alles belegt. Jeder Knopf doppelt und dreifach. Das war so eine komplexe Simulation und so geil, wenn du im Gefecht einfach alles genau richtig eingestellt hast. Das war schon lustig. Ich habe eher die Joystick-Dinger gespielt wie Summer Games, Winter Games, California Games, Ugg-Ugg-Lympics, Skate or Die, irgendwas, wo du den Joystick rechts und links reißen musstest und das war auch die Zeit, als ich damit angefangen habe, da hatten wir echt immer so billig Joysticks für 20 D-Mark und wir mussten alle zwei, drei Monate neue Joysticks holen, weil du halt irgendwann echt den Griff in der Hand hast oder beziehungsweise gemerkt hast, du hast irgendwie eine Seite gebrochen und es ging nicht mehr nach rechts oder so, weil du halt, du hast das Ding ja gerührt ohne Ende und das hast du natürlich dann eingedämmt, indem du sagst, nicht die ganze Hand, sondern der Daumen wedelt jetzt mal ohne Ende und das hast du dann halt so, ab Gameboy fing das dann an, dass du dann gedacht hast, Krampf, das kenne ich gar nicht. Es gab früher beim N64 bei Mario Party so ein Spiel, wo du den Daumen auf dem Analogstick so schnell wie möglich bewegen musstest und das war halt einfach, die Taktik war dann den Controller einfach flach in die Hand zu legen und die andere Hand obendrauf, weil du es aus der Hand schneller machen konntest als aus dem Finger und da hast du halt das Ding halt einfach, weil das war halt der erste Analogstick in der Konsole, das ist einfach durchgenudelt und dann laberte das halt so locker hin und her in der Halterung, du konntest keine feinen Bewegungen mehr damit ausführen. Ja, Joysticks, echt, da hatten wir schon ein paar Dinge an sich. Irgendwann hatte ich so, mein Lieblingsding war einfach so klassisch, der war nicht kreisrund, weil so ein bisschen eine Seite war gerade, andere war so oval, grau, zwei große, rote Plastikknöpfe und in der Mitte halt so einen klassischen roten Joystick-Ding. Und die habe ich regelmäßig klein gewühlt. Dann fingen sie halt an, die kleinen lustigen Mini-Joysticks, die quasi die Joystick-Größe hatten wie so ein großer Konsolenautomaten. Wie im Arcade-Automaten. Genau. Bloß, man war halt dann so gleich, dass man die dann halt nicht mit der ganzen Faust, sondern so irgendwie zwischen. Ja, genau, ich habe auch gerade die Haltung, wenn ich da nur denke, ja. Genau. Und dann hast du aber automatisch so gerissen wie am Automaten und hast die noch viel schneller kaputt gemacht und die waren wesentlich teurer, weil die hatten dann schon irgendwie erste, also so einen Scheiß wie interne Beleuchtung. so ein Zeug. Immer beliebt bei bei Game, meine ich so. Oder Dauerfeuer-Einstellungen so. Immer rhythmisch oder permanent oder sowas. Einzelne Tastenbelegungen und ja, und das war halt total geil, was die für Funktionen hatten, aber wenn du das Ding trotzdem gerührt hast wie Sau, dann hast du halt einfach mal für 50D-Marken Joystick kaputt gerührt in einem Monat. Und das ist halt dann schon ja, so eine harte Kindheit. Ja, zurück zum Porno der Bekannten. Zurück zum Glück, ja. Wie ist denn das, wenn das jetzt dein Nachbar wäre? Dein guter, bekannter Nachbar gegenüber, mit dem du auch ein bisschen befreundet bist und so was. Also den du quasi jeden Tag siehst. Ich meine, du musst es aus deinem Kopf kriegen, du wirst es nicht vergessen. Genau, das alleine, dass du, man weiß ja schon auch nicht bei so vielen Freunden, wie die nackt aussehen. Also du hast mit dem mal Sport gemacht. Ja, genau, aber auch dann. Oder beim Xletics ist man ja auch nackt. Ja, aber auch dann halt nicht in der Regel nicht mit irrigiertem Penis. Also beim Xletics manchmal, aber nicht im Ziel. Ja. Da ist man halt fertig nach 25 Kilometern. Nach den Kilometern, ja, genau. Ja. Meine Güte. Ja. Ja, aber trotzdem, wie ist es denn jetzt, wenn es dein Nachbar wäre? Also erstens, ich würde ja nie draufklicken. Also dann hast du es mal gesehen. Ja, aber du hast es halt gesehen. So schnell wie möglich wegklicken und dann. Weil ich denke mal, das ist halt auch bei Brownie passiert. Er wollte, er wollte Gewissheit haben. Er hat dann halt ein Bild gesehen und dachte, die sieht ja aus wie so. Und das wäre auch deine Situation und dann klickst du in den Mein Nachbar. Okay, dann geben wir den Schuh doch mal, ziehen wir ihn mal von der anderen Seite an. Was ist denn? Wie, du hast es jetzt ja gar nicht beantwortet. Ja. Soll ich jetzt wieder eine Frage, auf deine kommende Frage fragen oder was? Ja, was würdest du denn machen? Ja, das ist doch so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt, ich finde es schwierig. Also ich sage mal, dein Nachbar und deine Nachbarin zusammen. Alles ist safe. Du weißt von wegen, dass die das cool finden und mich halt irgendwie so. Was machst du? Ich würde einfach es unter den Teppich kehren und so tun, als wenn ich es nie gesehen hätte und versuchen, die Bilder zu vergessen. Ja, aber das kannst du ja nicht. Du wirst jedes Mal sehen, wenn er mit dir klettert oder wenn er halt irgendwelche Bewegungen macht mit der Hüfte und du denkst, ah, ah, und er denkt, was denn? Was hast du denn? Oder er kommt irgendwann und klingelt bei dir und sagt, ey, kann ich mir mal ein Licht ausleihen von dir? Du, dieses eine Objektiv, das ist doch auch Makro, oder? Solche Dinger. Nichts ist besser für eine Penisaufnahme als ein Makroobjektiv, wo du so eine richtig schöne, knappe Schärfentiefe hast. Wissen Sie? Ja. Ich meine, und vielleicht will der halt dann irgendwie nur, keine Ahnung, ein Pflanzenvideo drehen, aber du hast im Kopf, scheiße, ich möchte jetzt nicht meine Quidme da drüben ausleihen, wenn er da wieder sein Penispropeller-Ding abzieht. Würdest du das denn machen? Was? Wenn du wüsstest, dass die halt dann irgendwie das gedreht haben. Und es wird aber nie thematisiert zwischen euch. Und er sagt, ey, könntest du mir dein Ringlicht ausleihen? Oder passt ja mein ganzer Kopf durch. Oder sowas. Und er scherzt halt rum, also er ist nicht anders. Er ist immer so, wie er jetzt ist. Er macht keine Anspielung. Aber du hast es gesehen, weißt, die drehen Private Porn. Würdest du dein Equipment ausleihen? Nee. Mit welcher Begründung nicht? Das ist ja auch die Sache. Ich glaube, dann würde ich es ansprechen. Ich weiß, dass ihr Pornos dreht und ich möchte nicht, dass ihr eure Körperteile mit meinem Licht beleuchtet. Nee, das ist ja egal. Das ist, wenn es einfach nur eine Ecke stünde. Aber du weißt ja, es wird ja dann auch, wie es beim Film ist, es wird ja dann auch währenddessen noch mal ein bisschen versetzt und umgebaut. Möchtest du jemanden, den du kennst, irgendwas leihen, wo du weißt, er nimmt seine Hände direkt ran, nachdem er seinen Pimmel angefasst hat. Und was ist, also dann thematisierst du das und wenn er sagt von wegen, ey, wir passen schon auf, ich kann das auch, wenn du willst, desinfizieren, aber wir leuchten halt einmal aus, ich gucke, wie sie liegt und wie sie gedreht und wie sie in der Schaukel aussieht und dann ist alles cool. Also, weil der würde ja wahrscheinlich keine Probleme haben, wenn er das hochlädt, auch so offen mit dir darüber zu reden. Dann werde ich als Produktion am Verdienst beteiligt. So, dann möchte ich Gewinn draus schlagen. Also, du möchtest Geld haben dafür. Ja. Und wenn er sagt, okay. Also, wir, 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 oder er sagt, kannst du mal für eine halbe Stunde die Kinder nehmen? Wir machen die Steuern gerade und Die Kinder sollen das nicht mitkriegen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Jetzt müssen die mit ins Gefängnis. Wenn die mich dabei beobachten, wie ich die Pauschalen errechne. Die Pauschalen errechne. Klassischer Steuertalk. Ich muss mal die Pauschalen errechnen. Aber es sind so komplexe Werte wie Pauschalen gut. Ja. Was, ich wollte sich vor, das, das pferd mal von hinten auf. Was ist denn, wenn du, Das könnte auch Thema sein. Du, man sieht ja dann schon, man hat ja so Favoritinnen in den Videos. Ach, du meinst so professionelle Podstars? Ja, genau. So. Ja, aber dann gehst du davon aus, dass ich die professionellen Filme anschaue. Was auch immer. Du wirst ja, man wird ja dann mal Videos schauen, wo immer dieselben Akteurinnen dabei sind. Ja. Ottmar, mein Mann fürs Grobe. Jetzt sag ich mal, wir arbeiten ja so ein bisschen Film, Werbung und dann hast du mal einen Dreh oder ein Casting mit einer Dame und denkst, die kommt mir bekannt vor. Und dann kurz bevor, ich weiß nicht, ich weiß nicht woher, aber die kommt mir bekannt vor und dann lässt sie einen Stift fallen, beugt sich vor und dann sagt, ah, Mensch, das ist doch hier, äh, Uschi 4000. Uschi 4000, klassischer Pornodarstellerinname, Uschi 4000. Also ich würde mal behaupten, in ganz einfachen deutschen Pornomarkt hast du sowas. Da hast du immer so eine Zahl dran. Ja. Das ist doch hier wie Squash 2000. Ich habe gesagt, die Zahl zieht irgendwie bei mir. Sag mal, Uschi, warst du nicht vor zwei Wochen noch Uschi 2000? Ja, weißt du, wofür die Zahl steht. Dirk weint gerade, glaube ich. Ich rümpfe die Nase. Es ist ganz schön dunkel hier. Ich würde mir ein Licht anmachen, aber was habe ich mir nicht beinahe geliehen. Also du meinst, man ist kurz davor, das Casting durchzuziehen und dann weiß man, die kenne ich aus dem Porno. Ja. Ja. Oder du hast den Dreh und bist dann fünf Tage am Set mit Uschi 4000. Dann wäre es ganz cool, wenn, glaube ich, unsere Szenen was ganz Banales wären und nicht halt irgendwie so, am besten, es wäre total Arthouse. Aber gut, das gibt es ja auch. Es gibt ja auch die Geschichten von Schauspielern, Schiebel Kekkeli. Das wäre von Game of Thrones, die dann auch Tato gemacht hat. Gegen die Wand. Gegen die Wand, genau. Und damals, war es Softsex oder war es richtig Porno? Ich glaube, es war bei ihr schon richtig Porno. Okay. Die hatte ja, glaube ich, auch irgendwie kulturell dann zu kämpfen, weil sie ja irgendwie aus einer türkischen Familie kommt. War das nicht so? Ich glaube, ja. Und da mit ihrer Familie so ein bisschen, aber grundlegend wirkte die ja sehr, sehr wach und entschlossen und jetzt nicht von wegen, ich wurde in ganz schwierigen Dingern reingequatscht. Nee, nein, das... Also was ich da mitgekriegt habe, ja. Also da ist halt ein super krasser Weg, dass das halt keine Block... Also mit Sicherheit hat das Blockaden gebracht, aber dennoch ist es ja krass, wie der Weg, wie ihr Weg da verlaufen ist. Also es ist ja super. Ich weiß auch gar nicht, also wenn man jetzt mit ihr zu tun hätte, ob man das auf dem Schirm hätte oder einfach nur die Satsache von denen. Alter, du hast Game of Thrones gespielt. Hör mal auf. Das ist ja bei ihr auch schon ewig her. Ja. Ich glaube, das fände ich viel schwieriger, wenn ich jetzt mit einer Partnerin oder mit einem Partner drehen würde, den ich sonst gar nicht kenne, weil ich ihn halt gar nicht einschätzen kann und dann weiß ich plötzlich Porno. Das heißt, ich habe noch gar keine Kommunikationsebene, weiß gar nicht, ob ich mit dem locker reden kann, ob der ganz verbissen irgendwas soll. Ich weiß einfach nur, ich kenne dich aus dem Porno. Hier ist auch die Frage, habe ich den Porno gesehen, weiß ich, dass er professionell ist oder war das ein Private-Ding? Weil wenn ich jemanden gar nicht kenne, dann könnte ich mir auch vorstellen, okay, der verdient sein Geld damit oder das ist ein privates Ding gewesen. Das ist halt auch wieder so. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das... Das klingt auch schon wieder wie so eine Kurzgeschichte und du versuchst dann irgendwie dieser Person den Porno zu schicken, um zu klären, ob das freiwillig passiert ist oder einfach so online gelandet oder du findest den Porno nicht mehr. Also ich glaube, schwieriger wäre es nicht, wenn man... Wo guckst du denn die ganze Zeit raus? Draußen hängt so eine Folie am Baum, das macht mich kirre. Ja, aber die hängt doch schon seit Wochen da. Die bleibt doch da jetzt dran. Ja, sehr verständlich. Meine Güte. Er hat ja irgendwer von oben runtergeschmissen, hing im Baum fest, bumms, jetzt ist sie da. Viel Spaß, Vögel. Könnt ihr euch drunter setzen. Aber dass du die jetzt erst entdeckst. Ja, davor war das Gerüst immer so davor. Scheiße. Also weil das Gerüst halt auf der anderen Fassadeseite war und du schaust ja da aus mehr Distanz und bei mir... Naja, spannende Geschichte. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist glaube ich, dass das Casting schwieriger wäre als der Dreh, weil beim Dreh, da könnte man sich kennenlernen und irgendwann den Punkt suchen, okay, jetzt sprich ich es an. Beim Casting hast du halt vielleicht zehn Sekunden, hallo, ich bin Dirk, ja, ich bin... Oh, scheiße. Ja, und dann hast du irgendwas, was richtig emotional werden soll und denkst, fuck, 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 ich muss... Ah, Bilder aus dem Kopf, Bilder aus dem Kopf oder sowas. Und das ist, glaube ich, das ist... Und das ist ja nur bei dir so. Sie denkt ja nicht von wegen, der guckt mich so komisch an, kennt ja jetzt einer meiner Filme, das ist ja komisch, sondern die ist, glaube ich, voll entspannt und du bist so... Und dann ist auch die Frage, wäre es schwieriger, wenn es ein Typ ist oder wenn es mit einer Frau wäre. Weil bei einer Frau wäre dann vielleicht das Problem, hat dich das erregt, hast du es bewusst anguckt, weil du es geil fandest und dann siehst du die und denkst, oh, scheiße. Und beim Typen denkst, oh, das ist ja der... Den erkenne ich doch am sowas. Vielleicht geil wäre es, wenn du es mit einem Typen machst und der ist bekannt dafür, dass er mal so ein komisches Reus beim Sex macht und dann habt ihr die Szene und ist halt irgendwie so eine Einkaufsszene und er fängt an und denkst, oh, nee, das machst du immer, oh, immer auch. Das ist der Reus bei Ronny. Genau. Und dann stehst du da und sagst, ey, Klaus, sag deinen Text fröhlich und freundlich. Kauf bei Pimmelmeier. Klassischer Pimmelmeier, wir haben das Wort wieder. Aber das ist schon ein Radioqualität. Jedes Jahr weihnachtlich. Was schaust du denn immer auf deinen... Ich wollte mal gucken, es ist vollkommen banal, wie kalt es draußen ist. Alter, wie gelangweilt bist du denn hier? Ich gucke mir eine Folie draußen an. Es ist deine dusselige Frage. Ich multitaske hier A, die ganze Zeit B, sehe ich hier im Raum überhaupt nichts. Ich habe keinen visuellen Stimulus, außer unserer scheiß Waveform. Die ist nicht so unterhaltsam, wie man glauben mag. Ja. Möchtest du noch was zu deiner Frage? Nee. Gut. Ich denke, wir haben alle Szenarien durchgespielt. Wir wissen trotzdem noch nicht, was wir machen würden. Ja doch, ich habe es gesagt, wenn, 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 dann würde ich es so machen. Ja, ich würde es eher unter den Teppich kehren, aber... Ja, dann war er bei uns, der Szenarienvogel. Wir nähern uns der Einstundenmarke. Dirk, hast du noch irgendwas zu sagen? Dreht mehr Pornos. Außer Dirk3000 auf Grindr. In euren Podcast-Apps findet ihr diesen Podcast als für Nüsse mit Dirk und Klaus und wir freuen uns, wenn ihr uns liked, Sternebewertungen gebt oder uns weiterempfehlt. Wie freuen wir uns denn? Mit einem Video? Ja, ihr könnt ja auch Pornhub suchen, ob ihr uns findet. Wir sind auch für Dirk, für Dirk mit Klaus und Nüssen. Auf YouTube? Tu Nüsschen in the cup. Oder für Nüssepod.com oder add für Nüssepod auf Twitter und für Nüsse at Gmail.com. Ja, sag einfach alles. Lass ihn ja einfach nur verstauben, dem alten Hund. Hüfte mal ein Knochen hin. sag dann mal was. Sag dann mal was. Aber, hat er es gesagt? Was soll ich sagen? Ja, für mich ist es auch sechste Stunde. Ja. Leute, Leute. Ja, schreibt uns. Irgendwas macht ja dann wieder komische Geräusche. Naja, es wird sicher immer irgendein Porno sein, der vorbeikommt. In diesem Sinne, bis denn dann. Tschüss. Tschüss.